Ich mache vor, wenn diese Radio-Zern sich vorstelle mit ihrer Mode, mit ihrem außergewöhnlichen Designs. Und Jan, das läuft das so wieder weg und dann hat auch wirklich immer diese Shows mit unterstützt, die dann im Fernsehen sind. Und deswegen finde ich es auch mal wichtig, dass unser Jan auch mal ein bisschen was sagen kann und jetzt uns mal ein bisschen was erklärt, worum es eigentlich geht beim Laufen. Es sind Wunschungen, die vom Ausletzten auch gegeben sind. Sie wollen sie mal abläufen, dass sie wissen, wie es funktioniert und dann auch keine Unsicherheit auf dem Laufen geht. Und ich wollte Sie jetzt noch mal bitten, um einen riesen Applaus zu holen. Wenn Sie abläufen sollen, dann leben Sie dann nach rechts. Das ist heute eine Antwort auf den Hälften in der Navigate. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Leider gibt es natürlich nur grenztwegen, die zur Verfügung stehen und die müssen natürlich auch 100% ausgenutzt werden, sodass die Show auch wirklich einmalig wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Jahr. Vielen lieben Dank, Dr. Thomas T. Müller und Anja von ZIM. Dann würden wir jetzt auch gar nicht mehr so lange warten, sondern Sie sehen Mode von Mia Mai. Sie ist zurückweist. Jedes einzelne Stück der Briefkollektion wird in der eigenen Manufaktur-Etym und gefertigt. Genießen Sie einfach den Moment, genießen Sie die Kleider, die kommen, denn hier kommen die Models von Tam Urbanek. Herzlich willkommen! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.